So, was haben wir denn hier? Lakeside Amusement Park, das gibt's wiederum auch im ersten Teil. 3, 2, 5, 3. Wieso heißt nicht der Teil? Aber da mussten wir damals gegen Sybil kämpfen, aber kämpfen wird hier wahrscheinlich schwierig in dem Spiel, ne? Lakeside, genau. Lakeside Amusement Park welcomes you to a world of freedom and excitement. Step off the street and into a fantasy playground, where everyone is born again as a child. No family vacation is complete without a trip to the fantasy kingdom on the lakefront. Okay, wieder halt nur so ein bisschen Werbe-Hotline. Und hier können wir ins Fenster einsteigen und den Mantel hier durchsuchen. Oh, die Jacke. Was ist das, ein Schlüssel? Äh, nee. Ach, das ist doch ein Schlüssel, ne? Okay. Ja, dann wollen wir mal reingehen hier, ne? Es ist immer interessant, wie einfach man in die ganzen Räume und so reinkommt. Ah, ich habe es alles ab. 9-1-1, das habe ich ja schon probiert, 9-1-1. Haben wir am Anfang schon gewählt. Und wieder draußen. Was haben wir da für ein Plakat? Lost Children. Das ist doch mal genau die richtige Nummer. 5, 6, 7, 8. Das ist doch mal eine Nummer, die man sich merken kann. Also, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8. Die Nummer hätten wir doch schon mal eher haben müssen. Das ist doch mal. Das ist doch mal. Das ist doch mal. Okay, und ich sehe da hinten was Fototechnisches. Da bei dieser Kiste. Das ist doch hier auch dieses Bild, wo wir uns fotografieren lassen haben, also Cheryl und Harry. I love my daddy. Diesen Satz haben wir jetzt schon zigtausend Mal gehört, also das ist, glaube ich, der Moment gewesen. So, gucken wir uns den Plan mal an hier. Du bist hier, schön. Ach ja, so Freizeitparks sind auch cool, muss ich sagen. Oh, schon länger jetzt mehr an Keimen drin. Ach, es macht aber wieder Spaß. Wollen wir mal hier reingucken. Ich hätte natürlich auch den Weg da lang gehen können, aber ich versuche erst mal ins erste Gebäude hier rein zu gehen. Oder da hat noch wieder was zum Flirren. Ne, das ist wahrscheinlich immer noch die Wand da hinten, ne? Also ich hatte diese Striche dann nochmal wieder gesehen, aber das bezog sich tatsächlich immer noch auf diese Fotowand. Oh, ein Schwan. Die Bahn scheint abgeschlossen zu sein, da kann ich nix fotografieren. Ja, gut. Dann ist das so. Hier komme ich nicht weiter. Ah, was ist denn hier? Komm ich da rein? Ah, von hinten wieder. Ne, hier komme ich ja her, ne? Ja, hier habe ich angefangen. Alles klar. Okay, dann gehen wir jetzt hier entlang. Der einzige Weg, der mir jetzt noch bleibt. Finde ich ja gut, da haben wir nicht so viele Entscheidungsmöglichkeiten. Oh, ein einarmiger Bandit, den wir betätigen können. Dann machen wir mal. Klack. Komm, drei Sieben hin. Nö. Ich vermute mal, wir können hier was erreichen, ne? Machen wir aber dreimal. Dreimal probiere ich's. Wenn's dann nicht klappt, geh ich wieder. Geht nicht mehr? Wieso nicht? Doch, jetzt. Ah. Eva. Ist aber ein Bild von Heather drin. Oder von Cheryl, wie man will. Sehr schön. Wie kann denn da eine Erinnerung drin gewesen sein? Na gut, egal. Muss man nicht hinterfragen, ne? Oh, das ist halt schon der Liebestunnel. Kann man reingucken. Ja. Ist hier was zum Fotografieren? Ich bin mir grad nicht sicher. Ab und zu denke ich, ja, da ist was, aber es ist, glaube ich, jetzt wirklich nur so eine Bildstörung. Ach ja, das ist so eine Märchenbahn, sag ich jetzt einfach mal. Oh, ich hör was. Da hinten. Da hängt ein Kind oder so. Das ist aber nicht gemeint. Oh, was? Der Schwan. Okay. Da ist was zum Fotografieren, doch. Mhm. Muss ich eben kurz gucken, wo genau diese Striche sind. Hier würde ich sagen, ne? Da? Aber irgendwo hier sind sie doch, die Striche. Was sind jetzt hier? Ich hab doch eben hier Striche gesehen. Ach, da drauf. Einfach, okay. Na, nee. Na. Da in der Ecke ist doch was. Hallo. Ach, jetzt speichert er wieder. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch nur ein Foto schießen. Wieso speichert er eigentlich gleich immer zweimal? Ich hab eben nicht zweimal gedrückt. Das gibt's doch nicht. Also ich sehe ja eindeutig, dass hier was zum Aufnehmen ist, ne? Ich verstehe es gerade nicht. Hier ist irgendwas. Ich muss noch mal hier hin. Doch da. Also es knistert hier. Ich weiß nicht. Ich find ihn da. Okay. Ja. Das gibt's doch nicht. Wo ist der denn? Es knistert hier ohne Ende. Aber ich find den richtigen Punkt nicht. Ihr seht das ja auch, dass hier was flirrt. Na, aber ich find das richtige Foto anscheinend nicht. Da ist auch nix. Da oben vielleicht. Ich geh nochmal hoch. Da. Muss ich die irgendwie jagen, oder so? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Wahrscheinlich muss ich das ein paar Mal machen, ne? Jetzt hab ich sie hier wieder weggescheucht. Also ich vermute, ich muss hier irgendwas machen. Okay. Was glaubst du, du glaubst, du warst da? Ich wollte, du bist glücklich. Wir sehen uns glücklich? Lass uns gehen. Ich weiß nicht, warum du sie schuldig bist. Hm. Okay, aber definitiv ist da was Gestricheltes. Und ich kann da kein Foto machen. Weil ich das irgendwie nicht richtig entdeck. Ich find da kein Foto. Tut mir leid, ich kann da noch so viele Fotos machen. Das Foto finde ich einfach nicht. Tut mir leid. Okay, aber wir kommen hier jetzt trotzdem nicht weiter, ne? Ich hab hier jetzt eigentlich alles fotografiert. Oder ist gleich jetzt die Tür offen? Die da vereist. Ah, die Tür ist jetzt offen, okay. Also musste ich anscheinend doch ein paar Mal den Schatten da jagen. War grad ein bisschen verworren, die Szene, fand ich. Aber okay, wir haben es ja irgendwie gekriegt. Ah, hier sind da ein paar Ausrangierte. Sieht irgendwie so aus, als hätten die wieder Sonnenbrille auf, die Schwäne, ne? Okay, hier ist wieder Musik, und da können wir wahrscheinlich über den Zaun rüberklettern. Okay. So, dann sind wir wieder draußen. Was haben wir da nochmal? Hatten wir das schon? Nein. Noch nicht. 5, 2, 5, oder doch. Hatten wir das schon? 5, 2, 5, 3? Naturschutzpolizei? Bin grad nicht sicher. Mittlerweile hatten wir ja auch so viele Zahlen und Nummern. Das kann man ja auch mal durcheinander kommen, ne? So, da müssen wir anscheinend langen. Es gibt keine Anführer, die jetzt auf deinen Anruf anzunehmen nehmen. Die Silent Hill Conservation Police ist beteiligt, die Veränderungen und Regulationen regeln, die die Aktivitäten von Sportlern und Frauen, die in der Outdoor-Rekreation teilnehmen. Der Zukunft unserer natürlichen Ressourcen und Habitats ist in der Balance, und wir werden die Veränderungen verhindern, um sie zu schützen. Dürfen wir hier wieder ins Wasser springen? Ne, dürfen wir nicht. Weil nichts, dass ich das unbedingt will, ne? Aber, wozu gibt's denn hier den Steg? Da ist hierfalls nichts. Würde ich sagen, gehen wir halt die Straße runter, ne? Was anderes haben wir hier grad nicht. Könnten hier nochmal überlang gehen. Ah, da geht's weiter. Oh, ein Boot. Das ist aber was Neues. Ja gut, wir hatten mal in irgendeiner Videosequenz, hatten wir mal ein Boot, doch. Und einmal durften wir sogar selbst rudern. Und halt zwei. Aber so ein richtiges Hausboot hier hatten wir noch nicht. Da könnte ich rein. Eben einmal rumlaufen. Falls ich hier noch was Tolles finde. Ist aber nichts, okay. Ja, dann gucken wir doch mal, ob's hier drin ist. Bin gespannt. Ach. Harry Mason. Du bist late. Für was? Du bist Party. Ich habe mit dir angefangen, also du spielst. Was ist dieses Ort? Es ist ein Boot. Es ist wie ein Auto, aber es geht auf Wasser. Wir fliehen diesen Baby in den Mitteln der Läcke und können wir tun was, was wir mögen. Keine Person zu sagen, was wir tun. Ich muss nach der Lüte kommen. Also kann das auch tun. Für einen Preis. Meine Frau ist da. Ich muss da sein. Harry, Harry. Immer mit dem Wettbewerb auf den Händen. Ich erinnere mich, wenn du ein Spaß hast. Wir sprechen über meine Frau, verdammt. Okay, okay. Okay. Ich weiß, was passiert mit mir ist. Ich weiß, viele Dinge. Ich habe noch eine halbe. Ich habe gesehen, dass du dich sterben. Ich habe gesehen, eine Frau mit dem gleichen Namen, zweit du bist. Sie hat gesagt, sie war meine Frau. Every Schritt, ich nehme, Cheryl wird weiter. Aber jetzt ist sie in der Lichter. Ich habe nichts mehr zu gehen. Du bist, Dahlia? Ich habe bereits gesagt, ich bin der Weg von dir. Du bist, Dahlia? Du bist, Dahlia? Du bist, Dahlia? Oh, haben wir 20 Minuten Zeit, ne? Okay. Harry, was ist los mit dir? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt sind wir anscheinend wieder in der Anderswelt. Anderswelt. Oh, oh, oh. Da sollte ich gleich mal speichern. Ja. Total sommerlich gekleidet. Also, speichern ist angesagt. Oder ist das die normalen... Ne, sie war ja eingefroren wieder. Also eigentlich sind wir wieder in der Anderswelt. Obwohl letztes Mal... War auch nur phasenweise wegrennen und sowas, ne? Ach, da komme ich nicht mal lang. Mal gucken, wie ist jetzt... Kann ich hier runter? Ach so, ich muss hier durchs Eis. Da hinten... Okay, da hinten ist Licht. Das ist wohl der Leuchtturm. Da renne ich jetzt einfach mal direkt drauf zu. Harry, stopp! Nein! Es ist zu late jetzt. Du wirst nicht wissen, was du machst! Das stimmt allerdings. Da hat sie vollkommen recht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Aber es ist der einzige Hinweis, zum Leuchtturm zu gehen. Und auf den gehe ich jetzt zu. Und wem das nicht passt, der möge sich schleichen.